Spiehlt ihr mal Space Engineers? Das sieht in der Tat irgendwie... Weißen das? Das ist ein Spiel, wo du Raumstationen im Weltall baust. Und dann farmen musst und dann baust du Raumschiffe. Kannst du dann auch mit denen fliegen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich hoffe es doch mal. Warum sollte man die sonst bauen, weil das wäre irgendwie Blödsinn. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ich meine du baust bei Siedler auch eine Fleischerei. Die produziert dann Fleisch. Aber du kannst die Tiere nicht eigenhändig töten. Das stimmt. Ich glaube ich mache ein neues Spiel. Der Metzgersimulator. Weißt du, dann musst du mit so einem Move-Controller, musst du dann die Schweine in Einzelteile legen. Und dann aufhängen und räuchern. Der Metzgersimulator 2015. Ja, aber das passt. Das wäre total geil. Kombiniert wird das übrigens mit dem Hunting Simulator. Voll gut. Kannst du deine Tiere auch noch selber quasi jagen. Ja, hätten wir das mal beantwortet bei der Frag-Beats-Beat-Frage. Ja, stimmt. Ja. Der Metzgersimulator. Das wäre gut gewesen. Können wir Johnny noch als Experten zurate ziehen? Oh, jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich wieder... In Vielen Dank.